Nein, bitte Justus, nicht Underpass Bitte Underpass, Justus Justus, bitte tu mir einen Gefall, nur mach nicht Underpass rein Jede andere Map, bitte nicht Underpass Dann Wasteland Nein, Justus, Justus, bitte nicht Alter, nein, danke schön Nein, Underpass, ja, komm, Underpass Estate ist gut, Estate ist gut Wie oft haben wir Estate-Stromwell, der die nicht kann Underpass, sag mal Underpass, Justus Justus, Starte das Spiel, bitte Justus, Underpass, Justus Spiel Underpass, die Map, die ist gut Nicht Wasteland, Alter, Wasteland Und Underpass, keinen von beiden Alter, Alex, du sagst die Scheiße nur, weil ich Dagegen bin, Alter, fick dich, Junge Fick dich ins Knie Fick dich ins Knie, Alex, ganz ehrlich Hol deinen hässlichen Nimmel raus und steck ihn dir Ins rechte Auge, wir spielen nicht Underpass, Justus, nein Wir spielen, nein, wir spielen Kein Underpass Nein, bitte, tut mir den Gefallen Bitte, nein, nein, nein Oh, nein Alter, Justus, nur weil Alex das jetzt sagt, ja Alex sagt das, nur weil ich das nicht möchte Komm, nein Bitte, Justus, Underpass, Underpass Mach mal, Justus Drück, drück, nein, drück Underpass Ja, genau Doch, doch, wir haben die schon mal gespielt, ja Wir haben die schon mal gespielt, da warst du nicht dabei Und die war Scheiße, die war einfach nur Scheiße, bitte nicht Mach Estation, wir haben die gespielt Justus Oh, bitte, Justus Im Belgen haben wir erst noch gespielt Mach irgendwie, was weiß ich, Estate ist ganz gut Nein, Estate ist gut Ja Nein, nicht Underpass Nein, oh, 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 ja, jetzt sitzt du da eben Ja So, moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Ich war so nah dran Ja, 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 da warst du echt, da hatte ich schon richtig Schiss vor, na gut, danke fürs, äh, nicht, nicht danke fürs Zuschauen, wir sind ja auch am Anfang, ähm, ja, wir spielen Estates, suchen und zerstören, mit genau den gleichen Fuzzis wie auch im letzten Part schon, ich spiel, lol, Alex, würdest du bitte nach unten gehen? Ich hab Autozuweisen gedrückt und ich bin nach oben gegangen, und du bist der Einzige, der, ah, da hättest du nicht, weil du mich verarschen, ich hab Autozuweisen gedrückt, ja, okay, Alex geht drüber, ne, Alex, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben alle Autozuweisen, ja, ich geh immer ins erste Team, ich geh immer ins erste Team, ich geh immer ins erste Team, ihr habt ihr Pech gehabt, ich geh immer, wenn ich mich spielen will, musst du halt auch hingehen, ihr habt ihr Pech gehabt, ja, sauber, Justus, hä? Ich hab euch, ich hab euch beide fett gemacht, Alter, ja, 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 ganz ehrlich, Alex, wenn, wenn Justus und ich zuerst auf automatisch zuweisen, ja, und dann zusammen in ein Team kommen und du dann nach oben gehst, dann musst du doch wechseln, das geht aber gar nicht, immer am schnellsten Lade, wenn, 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 außer wenn Justus dabei ist, dann löst es genauso, so geht das gar nicht, das muss doch so gewesen sein, oder? Nein! Wenn ihr beide Autozuweisen gedrückt habt und ihr die ersten wart, wenn ihr die ersten wart und dann Autozuweisen gemacht habt, dann geht das nicht. So, ich drück jetzt auch Autozuweisen, fertig. Ich geh immer oben ins Team rein und klappt alles super toll. Ja, Alex ist so ein Gewohnheitstier, weißte? Hallo, 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 ich hätte die auch mitnehmen sollen. Bombe erlangt! Der ist so ein Gewohnheitstier, ja? Jeden Morgen, zu genau der gleichen Uhrzeit, holt er sich seinen Penis raus, ja, und steckt ihn sich erstmal richtig ins Rohr. Habt ihr gesehen? Halt, block doch nicht den Mongo, Alter! Komm, ist denn die Sau! Oh, du! Stimmt, Alter! Pass auf, Alex, jetzt, Justus, jetzt bist du gleich schuld. Lol, der ist irgendwo, irgendwo bei sich da. Irgendwo bei sich da, ist das irgendwo im Haus, oder? Irgendwo, Mitte, Spawn. Äh, Bootshaus! Alter, bist du eigentlich eh noch mit Tänz? Bootshaus, Bootshaus, Bootshaus. Boah, mach mir die Schuld. Ich packe ja Ninja ein, du Munger. Boah, ich brauche Schokolade. Ich hab den gar nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Der steht am Van, ne? Ich hab mich aus Hürfte getroffen. Ich glaub, der steht am Auto gerade. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch nur ein Blatt gewesen sein. Du, ich hab's doch skackt gerade im Wald. Du, du hast es skackt im Wald, ja. Mh, mitten in die Holzhütte rein, Alter. Mitten in die Holzhütte rein. Richtig, die Boote vergräbt das, Alter. Wir sind ein bisschen Penner. Hm, das ist natürlich die Frage, wo der ist. Ich hab's auch das Gefühl, du bist gerade an der unnützten Position, um die beiden Bomben zu schützen. Wahrscheinlich kämpft ihr jetzt irgendwie auf einen einzigen Spot oder so. Der Punkt ist einfach, dass ich warten kann, dass die was machen. Ja, das stimmt natürlich. Aber andererseits müssen wir planten, wa? Ja, deswegen, ja. Ich kann chillen. Ja, du kannst chillen, da hast du recht. Du kannst natürlich selten, das stimmt. Justus wird halt abkratzen, weil der schon lange gehört wurde. Kannst du dich halt einfach so gut verkampen? Du wirst, das hatte ich eh schon gehört, du brauchst ja gar nicht mehr rumlaufen. Du sprintet halt auch noch, Justus. Balto, Balto, Balto. Das gibt's nicht. Alter, ho, den Scheiße mit Arschfick, ey. Das gibt's doch einfach nicht hier. Wie ging das denn so schnell, Mann? Wie ging das denn so schnell? Du musst den einfach treffen. Nein, hast du nicht. Du hast den angeschossen, danach hast du in der Luft rumgemessert. Ja, dann hast du dich gedreht und dann bist du gestorben. What the fuck, Alter? Einfach nur. Mal mal eine neue Waffe ausprobieren hier. Sauber, Balto. Die sind... Echte Seite? Was für eine Seite sind wir? Das stimmt gar nicht. Doll. Mann, Justus ist voll der Hacker. Nee, das stimmt auch nicht. Seid ihr rechtsradikal? Justus ist ein Hacker. Wer ist ein Hacker? Mann, die Klassen haben ja alle Kaninier. Ist ja abgefallen. Da höre ich dir sogar recht. Das ist der Oberhacker vom Herrn. Nein. Uncool. Justus, die sind hier nicht, hab ich das Gefühl. Hier war aber gerade einer. Ja, egal. Was gesagt? Wo sind die? Wo sind die? Hey, sag mal an, Balto. Bei B. Beide. Einer kommt hinten rum von A. Oh, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Alter, ich bin Full Flash. Ich seh nichts mehr. Das war wieder so ein geiler Kill. Ich stand hinter einem Baum, Balto schießt gegen die Bombe. Ich leg mich auf den Boden schießt. Ich hab einfach gar nichts mehr gesehen. Justus ist voll hart am Hacken. Ja, du bist auch am Hacken mit deiner Schlechtigkeit. Ich hab's nicht mehr gesehen, weil der... Das geht zerstören. Wir halten mal fest, dass Balto immer noch mehr Punkte hat als Sibi. Lol, Tatsache. Wieso hast du mehr Punkte? Sibi, der rechte Seite. Einer hat wieder rechte Seite gegangen. Aua. Du schlecht bist, Sibi. Nee. Doch. Nee, das bin ich nicht. Oh Gott, hier ist irgendwo einer. Irgendwo Mensch. Ab an. Oh, Justus, du... Boah. Die laufen immer zu zweit rum und immer killt mich Justus. Alter, Pschau. Über weh. Nee, das glaub ich auch nicht. Hä? Steht man im Eliminator? Ich dachte, man kann dann weiterlaufen. Noll. Nichts. Scheiße. Was hast du gemacht, Alex? Hätte irgendeinen Eliminator oder so, keine Ahnung. Leut. Oh, Justus, du bist dumm. Was hast du diese... Justus ist dumm, der hat auch gar nichts gemacht. Nee, dann guck ich ihn dir doch an. Der ist aber hart gehacklitscht, der ist bei mir nicht sicher. Sicher habe ich hart gehacklitscht, der. So muss das sein. Ach ja. Was ist das denn? Was macht ihr da? Ich bin so krass wie ein Wald. Hm. Beim Treibhaus. Nein, bei A, bei A, bei A hinterm Haus. Ach, fuck. Na, wer treibt's im Treibhaus? Im Treib... Im Treib... What the fuck, ey. Im Treibhaus. Wer treibt's im Treibhaus? So ist die richtige Bezeichnung. Wenn jetzt natürlich Justus die Bombe feiern gelassen hat. Ist das nicht ein Gewächshaus? LoL, wie ich dich gehört habe, Alex. What the fuck, Alex? Hab ich, kannst du gar nicht. Ich hab dich gehört, hundertprozentig. Da waren Glasscherben oder so. Die hab ich nämlich gehört. Okay. Komisch. Ja, dazu natürlich dann die besseren Chancen. Hinter der Deckung. So witzig, dass die Scheiben dann schon kaputt sind, obwohl die gerade erst kaputt geschossen wurden. Ja. Nicht an einer schlechten Programmierung. Wahrscheinlich. Alter, Bolto, wir kacken gerade beide ziemlich ab. Zeigen ich das, was passiert ist, und dann spielen die gleiche Szene nochmal ab, auf der zerstörten Map. Ja, ja. Weißt du? Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst. Ich würde sagen, Alex ist tot. Wie hatte er nicht, glaube ich, dass du... Justus, du willst du mich einsteigen? Alter, Justus, bist du dumm? Wo ist Justus? Ich bin hier und läuft. Ich hab mir nur... Justus versagt halt gerade einfach... Wo ist Justus? Sag es mir. Im Gewächshaus. Nein! Was? Wie? Justus, du bist voll am Heckmann. Wo ist der denn? Und Bolto verkackt gegen eine Farmers im Nacken? Wo ist der denn? Kannst du jetzt sagen, im Gewächshaus. Das habe ich doch dreimal gesagt. Ja, aber wo im Gewächshaus, Mann? Ja, da vorne. Ja, ach, da vorne, also. Jetzt weiß ich noch, wo der ist. So, ich glaube, es ist der. Pack mal Ninja rein, sieh, wie hört sich einfach... Geht das? Lol, das geht so. Man schleich wenigstens noch in der Lauf gezogen oder ducken oder sonst irgendwas. Lol. What the fuck. Justus, du Hecker. Das ist voll hart am Hecken. Das ist wegen ruhiger Hand. Ja, da ist mir halt drei Farmers Schüsse in den Bauch gesetzt und dann bin ich tot. Das ist natürlich krass. Ich meine, wenn du wirklich alle drei Schüsse triffst, dann ist der andere echt tot. Auf nahe Distanz, das ist echt krass. Nicht immer. Ja, jetzt in dem Fall ja schon. Von daher stimmt das auch für immer. Das muss einfach so sein. Ja, ich hab halt auch, ähm, dieses Durchdringen-Perk drin. Na, Justus, bist du bei B? Na? Willst du? Ja. Der Camp am weißen Van. Na, Justus? Ah, scheiße, jetzt bin ich geflasht. Nein! Ich seh nichts mehr. Oh Gott. Oh nein, nicht schon wieder. Hör auf, die Flashes zu schmeißen, wer auch immer das ist. Spacken, ey. Wo bist du? Loll, wo ist der? Loll, Alex, bist du irgendwie? Loll. Hallo? Bin ich jetzt gerade ausgetimt oder so? Schön. Nein, bist du nicht? Komm, 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 schuss, schuss. Oh! Oh, ho, 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 ho. Loll. Ich weiß nicht, wieso du so lange so weggeblieben bist, Justus. Ich wollte nur nichts sagen, weil ich dachte, dass du da bist, auf B. Nee, das dachte ich auch die ganze Zeit. Nee, ich weiß nicht. Ich wusste nicht, ich dachte, es ist nur einer da, weil der andere eben noch im Treibhaus war. Und deswegen wusste ich, dass es einer am Plenten ist. Ich war halt ein bisschen abgefuckt, dass du nicht gekommen bist. Nee, aber Justus, ich hab doch da ganz offen, ich stand doch neben Bolte und hab geplantet. Äh, defused. Ach so. Bullshit, ey, jetzt seh ich die scheiß Aufklärungsdrohne nicht. What a bullshit? Jetzt wissen die, wo wir sind. Nee, die wissen, wo du bist. Ach, du hast... Nein, kletter nicht drüber. Ach, du hast eiskalt. Kommst darauf. Müsste ich mir, glaube ich... Aua. Einer ist am Holzhaus. Wie hat er mich so... Ach, kack. Na, ACR, Power. Ähm. Ja, wo ist die scheiß Drohne? Ich finde die Drohne nicht. Na. Oh, Leu, okay. Der ist bei B am Harzen. Der ist bei B am Harzen? Ja, da bei der Treppe. Bei der B-Treppe? Bei der Holz-Treppe. B, ah, okay, okay, okay. Also sozusagen zwischen B und deren Spawn. Mh. Ach, war ein Blatt. Alter, wie lange ich da hingeguckt habe. Ja, ich habe gedacht, warte, ist das jetzt ein Gegner oder ist das kein Gegner? Ich habe gedacht, der killt dich noch. Ja, das dachte ich jetzt im Endeffekt auch. Ich so, ist das jetzt einer? Ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, ja, da ist halt so ein Gegner. Ja, 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 ja. Aber ich dachte echt zuerst, das wäre jetzt irgendein Blatt oder so. Sebi, hätte dich halt tot geflammt, hätte du das gesagt. Nee, ich, nee, glaube ich nicht. In dem Zusammenhang nicht. In dem Zusammenhang nicht. Du hättest ihn einfach das Tudor geflammt. Nee, glaube ich gar nicht mal. Ach, bla bla. Laber nicht, Junge. Aber nicht. Schweine labern auch nicht. Hä? What the fuck? Sehr gut. Schweine labern auch nicht. Nein! Das ist die Weisheit des Tages. Lol, ich wusste gar nicht, dass du da irgendwo durchgekommst. Oh, ja, Jussis. Alter, Alex, kling mich nicht über deine Stats an. Werfe hat Granate! Die Bombe wurde platziert! Ja, Alex, das musst du jetzt erst mal machen. Wie ist der da eigentlich von B weggekommen? Weiß ich nicht. Aber eigentlich hatten wir den doch relativ gut im Griff. Hm. Ich würde sagen, er kommt von Mitte oder vom Treibhaus. Wahrscheinlich eher von Treibhaus. Der ist im Haus drin. Der ist irgendwo. Da, ja. Der ist oben. Ich sehe ihn nicht, Alter. Ja, fuck. Ja, sehr gut. Junge, Junge, von Anfang an habe ich gesagt, heute kein MW2. Da habe ich mich noch überreden lassen, ey. Aber ich habe gerade sowas von... Nur Motivation. Muss ich mal die Parts von davor angucken. Die waren echt nicht schlecht. Aber jetzt ist so alles so, ne, ne, ne. Und die Maps... Die Maps sind zu groß, wenn ich das kann. Ich finde die noch gerade okay. Alter, das ist größer. Ja, klar. Das ist doch besser. Deine Mama. Deine Mama. Das ist wieder einer bei B. Ne, das stimmt auch nicht. Das ist ne Lüge. Ne dicke, fette Monsterlüge. Ne Lüge. Ne Lüge. Ne Lüge. Ne Lüge. Ne Lüge. Ich verstehe nicht, wozu du dahin gehst, wieso du... Hm. Wenn du Gegner suchen, dann töte. Ja, wenn du Linie hättest, wäre es ja auch okay. Aber ich habe dich so... Hm, egal. Scheißegal. Der läuft über hinten. Der ist jetzt im weißen Haus drin. Die Bombe wurde fast hier! Nein, es ist hinten drin. Der kommt wahrscheinlich über hinten. Ah, du bist tot, ne? Ich bin tot. Ich glaube, der kommt über den Treibhaus. Oh, du machst so krasse Steps, ne? Das... Ich bin tot. Boah. Ja, Jusso. Ich war... Was? Du verstehst mich. Dann schleicht doch irgendwie dahin oder so. Du weißt wie... Ja, ich hatte keine Zeit, guck mal auf die Zeit. Ich wusste... Ja, du bist aber ganz außen rum gelaufen. Ja, ist ja auch egal. Weil... Ja, weil ich dachte, ich treffe ihn auf dem Weg. Ja. Aber der läuft dich ja immer ein weit. Ja, ja, ich habe dich echt gehört. Ja, das ist ja der Punkt. Da kommt er zu mir und dann töte ich ihn. Ja, das ist natürlich auch eine Taktik. Das ist... Ach, ich gehe immer mal. Ach, sehr gut. Der Feind blockiert unser Radar. Hm. Also einer ist bei B. Mindestens einer. Was? Alter, legt er sich hin. Ich hätte ihn fast wieder mitgekriegt. Lol, wo sitzt du in der Ecke? Wo ist denn der? Der ist fast wieder nicht gekriegt, ey. Er lacht da im Gras rum. Alex, wo bist du? What the shit einfach mal. War ich auch irgendwann im Treibhaus. Lol, der ist bei A. Der ist bei A? Der ist... Der ist runtergesprungen. Ja. Der war im Haus, ist aber runtergesprungen. Wie runtergesprungen? Ja, im Garten. Da, zum Treibhaus. Ah, okay. Rechts, rechts, rechts. Bolto, halt die Fresse, Junge. Ich habe den gesehen. Oh, fuck. Ja. Ja, siehste. Hättest du nichts gesagt. Ja, Alex, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, du kommst jetzt einfach her. Ich mache dir so... Du schluckst so krass viel, ne? Ja, du aber auch. Ja, ich schieße die Zeit auf dich. Du hast das ganze Magazine verballert und du stirbst einfach nicht. Hm. Wo ist sie? Aber ich bin... Lol. Dann war der da auf einmal an der Treppe. Ich wollte gerade sagen, meine Hände sind so ein bisschen zittrig. Aber da kam er auf einmal. Dann hast du dich die ganze Zeit da hinten irgendwo rumgetrieben. Suchen und zerstören. Ah, das gelte ich jetzt mal als Ja. Das Ziel verteidigt. Einer Mitte. Ja, der ist jetzt down. Ja. Den anderen habe ich nicht gesehen. Geht dann wahrscheinlich B. Denke ich. Weil Justus so eine leichte A-Orientierung hatte. Glaube ich, dass der andere B ist. Ja, Alex ist B. Alex ist B. Läuft Richtung Mitte. Glaube ich. Weiß ich nicht genau. Da habe ich auf einmal nur einen roten Namen gesehen. Und dann war ich tot. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der ist hinten über das Gewächshaus gegangen. Bist du über das Gewächshaus gegangen, Alex? Nee. Ah, okay, schade. Ja, man sieht, die geht da hier so spät, ne? Ja, das stimmt. Das zielverteidigen. Das zielverteidigen. Immer schön, das zielverteidigen. Lol. Der ist in der Mitte. Ah, okay, die war scheiße. Die trifft eh nicht. Ja. Ja. Ja, okay. Kommst du? Lol. Ja, ey, Justus, wie viel hältst du aus, Alter? Ey, das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt mal sagen, dass bei A, bei 1 gegen 2, das ist echt scheiße. Das ist ey, ganz ehrlich, ich mach deinen Heck aus, das kann er nicht sein. Bullshit. Oben, 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 oben. Ja, schade. Als nächstes hätte ich dann nach oben gezielt, aber da... Bist eiskalt nach unten gelaufen direkt, Alex? Ja. Bist eiskalt nach unten gekommen. Da wolltest du, da wolltest du den Messer hier aber auch haben, wa? Sehr gut. 6, 6, 6, cool. Du warst in dem Moment etwas wichtig, ja? Ja, hat man gemerkt. Das hat man gemerkt. Boah, Alter. Ja, sehr gut. Der in Gewächshaus. Du bist mit den Vorräten übel angeschossen. Ja. Das war echt nicht gut. Das mit den Vorräten. Ja, ich hab sie wieder, liegt hinten. Liegt hinten, ganz links in dem Haus. Ich wollte es dir nur nicht sagen. Rechts, Justus, rechts, 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 rechts. Ne, links? Ja, rechts da. Ach, ja. Ich konnte es dir nicht sagen, musste sehen, wer sich ihn gesehen hat. Nein! Schön, schön, Justus. Ich hab nur den Namen gesehen, kacke. Ich hab auf den Tick oben links gewartet. Und dann kam der Tick und dann, scheiße, dann stand der da schon. Fuck. Nice, Justus. Das ist echt unnormal. Ich seh ihn vorher, piece ihn von längst ab. Und der dreht dich um. Ich glaube, er ist gerade etwas desinteressiert. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bullshit, Junge. Wieso macht ihr immer eure scheiß-fickte Humor-Aufklärungsdrohne, ey? Ich krieg Krise. Toll, springt er. Ich bin down. Nice. Ja, das war jetzt eine Geh-Zurunde hier. Justus, der hat uns aber echt noch richtig rausgelackt da, ey. Ja, okay. Letzte Runde war ein bisschen für den Arsch. Naja. Oh ja. Darauf erstmal ein kleines Dankeschön. Ja. Penis! Gut, dann. Alex ist fertig mit den Nerven. Das ist mal eine Runde Underpass jetzt. Nein, kein Underpass. Danke fürs Zuschauen. Jo, dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.